Hallo Nachbarinnen und Nachbarn! Am Donnerstag, den 14. Februar um 7 Uhr soll in der Lausitzer Straße 8 eine fünfköpfige Familie zwangsgeräumt werden. Das werden wir nicht zulassen. Das werden wir mit Blockaden behindern. Seid solidarisch mit euren Nachbarinnen und Nachbarn. Heute trifft es deine Nachbarin deinen Nachbarn, aber gemeint sind wir alle. Deshalb müssen wir uns gemeinsam wehren. Kommt alle am Donnerstag, den 14. Februar um 7 Uhr in die Lausitzer Straße 8!